Ich werde noch mal kurz pumpen, für die Nerven nur. Puh, okay. Und jetzt anschleichen. Ah, haut ab. Das ist gut. Vielleicht um mir in den Rücken zu fallen. Ich hätte ihn abschießen sollen. Eine Schrottkugel war da noch drin. Schau, eine. Jeweils nur. Aber da steckt ein Messer in seinem Rücken. Ich glaube, vielleicht sind die gar nicht so schlecht, wie es den Anschein hat. Instinktiv geht man davon aus, dass ein Wurfmesser nicht viel Schaden macht. Aber, oh, geht das eh nicht hoch. Vorzeitig. Prämateur. Oh. Ausgeweidet. Der Doktor ist da. Und wie fühlen wir uns heute? Das ist die Frage. Mann, oh Mann, ich hasse Bosskämpfe in Spielen. Ich hasse sie. Ich verabscheue sie. In Crysis 3 zum Beispiel der Bosskampf. Oder die Bosskämpfe. Es war ein Mini-Bosskampf. Und ein größerer Bosskampf. Die waren arschmäßig, sage ich dir. Arschmäßig. Müsst ihr euch anschauen. Ich hatte Tobsuchtsanfälle. Schall ich da eine Brand werfen vielleicht rein? Weil, was hat es mir in die Hand gegeben? Mehr oder weniger. Jetzt gehe ich davon aus, dass die gut wirken. Ich will da rein. Sind auch Goodies versteckt. Weiß es doch. Gebt mir die Goodies. Nicht immer nur ein Fladen. Kuhfladen. Erwart nur. Rechts oder links? Immer rechts. Schau, hier sind Ruinen. Vielleicht komme ich doch noch zu meinen Wands. Oh, scheiße. Schon wieder die Helmlampe. Also, Wandmalereien und Inskribien. Inskriptionen. Ah. Oh. Pfeile. Pfeile und Herrsche. Sage ich immer. Das Problem ist, Was wäre da drüben gewesen? Oh. Ich will da drüben auch nochmal schauen. Er kann nicht laufen und gleichzeitig das Feuerzeug halten. Naja, so schnell laufe ich auch nicht, dass das ausgeht. Das ist ja ein Zippo. Ein echtes Zippo. Ähm, jetzt, Moment. Wo bin ich rein? Da bin ich rein. Oh, wow, wow. Warst du allein? Ich habe vergessen, wo ich lang muss. Ich meine, ich habe vergessen, wo ich hergekommen bin. Okay, von da bin ich rein. Jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Weil ich will in die andere Richtung schauen. Ich habe irgendwie den Eindruck, als müsste ich hier lang. Bist du da? Oder führt das alles irgendwie zusammen? Oh, Gott, oh Gott. Ah, ist das ein Filter? Ja, jetzt habe ich schon drei Minuten. Macht das Kraut eigentlich auch nicht fett. Ob drei Minuten oder zwei Minuten. Medipacks bin ich voll. Das ist erstaunlich. Ja, ich glaube, das führt hier zusammen, ha? Ich höre, wispern. Ah, heilige Maria, Mutter Gottes, voller Gnade. Herr, sei mit dir und mit deinem Geiste. Oh, der heilige Antonius ist in den Spinnen aufgefressen worden. War vielleicht doch nicht so heilig, ha? Mach an! Oh, den Heiland. Jesus, den kann ich nicht anzünden. Wieso? Will ihn erleuchten. Will alles erleuchten. Der hatte ein Gesundheitspaket und hat es nicht verwendet. Ah, verstehe, jetzt bin ich wieder da. Okay, das wusste ich ja nicht. Konnte ich ja nicht riechen. Ist das irgendein Rätsel, warum ich das hier nicht anzünden kann? Vielleicht, weil keine Kerzen dran sind. Schmeißfliegen. Nichts außer Schmeißfliegen hier. Und diese komische Waffe. Ist die Frage, ob die gut ist. Ha, was ist denn das überhaupt? Wann, dann würde ich sie gegen die hier eintauschen? Die sehen sich aber ziemlich ähnlich. An beide Optik. Na ja, sie sehen sich. Ich glaube, sie sind identisch. Du mich fragst. Okay. Sicht geht hier nicht. Warum auch immer. Irgendwelche Interferenzen. Busensuppe. Brauchen wir nicht. Oh. Ganzer Rucksack mit zwei Schrot... Ah. Zwei Schrotpatronen in einem Riesenrucksack. Jetzt kriege ich diesmal... Au, 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 au. Das war gescriptet. Der wollte nicht, dass ich... Oh. Hätte ich nicht schießen brauchen. Der wollte mir den Kadabern nicht vergönnen. Ja, diese Bestien sind gierig. Jetzt habe ich aber die Orientierung verloren. Ich glaube, da geht es lang. Das sieht richtig aus. Und es speichert sehr gut. Ich brauche nicht schleichen, ha? Oh, ist die Zeit zu pumpen. Meine Nerven. Ah, das beruhigt. Was? Schau. Ich pumpe nicht bis zum Anschlag. Normalerweise pumpe ich immer bis zum Anschlag, müsst ihr wissen. Ich muss eine Ausnahme bleiben. Oh, Gott. Nein. Ihr Ärsche. Oh, wo, 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 wo. Arsch. Schau, das hat ihnen nichts gemacht. Du Arschgesicht. Das ist doof. Ich werde jetzt hier mal eine Claymore herlegen, weil ich weiß, was kommt. Ah, vergessen. So geht's. Claymore. Das war am besten hier eine. Und von da kommt auch ständig irgendwas. Und dann wechseln wir wieder zurück auf die da. Der erste ist hochgegangen. Schau, das ist das Arschgesicht an. Ich habe voll drauf gehalten. Das gibt's doch nicht. Das war ja gar nichts. Ich dachte, da kommen noch mehr. Habe ich im Grunde eine Claymore verschwendet. Die Helmlampe brennt immer noch. Der kann aber noch nicht lange da liegen. Das ist schon wieder Zeit. Okay. Ja, wenn du meinst. Eine Claymore verschwindet. Gebt mir mehr Schrotmunition. Ich verbrauche meine gesamte Schrotmunition hier in diesen Katakomben. Oder hätte ich ein Wurfmesser mal ausprobieren sollen, ha? Was nun? Interagieren. Was mache ich gern? Ich interagiere so gern. Ich habe schon interagiert. Ah, sind das alles Fledermalse? Oh. Wir kommen der Sache näher. Das Heiligtum. Wir dringen ins Allerheiligste vor. Alles anzünden. Oje. Was nun? Schau, er lässt mich nicht rein. Vielleicht, ah, da muss ich X drücken. Ohne X geht nix. Das ist wie bei Indiana Jones. Nur weniger spektakulär. Das war alles. Aber jetzt kann ich zu Fuß gehen. Mir schwand fürchterliches. Und zwar fürchterliches. Wenn ich da runtergehe ist, glaube ich, jeder Dämon Moskau hinter mir hier, ha? Da, sie hängen von den Decken. Schau, ich habe geworfen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Was war jetzt? Die machen was mit mir. Was machen die? Ich glaube, ich sollte eine andere Waffe nehmen. Oh, Rentfee. Das sind Das sind Schallwellenangriffe. Nicht gut für den Gehörgang. Sag ich dir. Vielleicht lasst Licht aus. Hilft das? Am Ende. Vielleicht hilft das. Dann sehe ich auch nichts mehr. Dann sehe ich die schönen Goodies hier nicht. Ich habe ein Messer verschwendet. Das hat nicht geholfen. Ich dachte, Messer sind nützlich. Ich glaube nur, um menschliche Gegner schleichend zu erledigen. Das ist alles. Ja, ich will nicht im Dunkeln tappen, damit ihr auch was seht, aber es ist vielleicht besser. Ich kann es nicht beurteilen, ob man sich vor diesen Viechern überhaupt verstecken kann. Die haben sich tapfer gewehrt. Hat aber nichts geholfen. Ich glaube, ich bin alles abgegangen. Und auch nicht. Es ist nur Dekoration. Nein. Hier sind noch Schuldpatronen. Eine Schuldpatrone. Hm. Hier ist auch nur eine. Okay. Oh. Oh Gott. Irgendwie ein Puma. Hier könnte ich sie snipern, ha? Geht das? Nein, geht nicht. War das nicht Sniper? Oh, da kommt drauf. Ich möchte wissen, warum ich immer... Der ist so empfindlich, der Knopf. Ich mache immer einen Melee-Angriff. Weil ich zu stürmisch drücke. Was natürlich Zeit kostet. Ist noch hier jemand? Wenn ich da runterhüpfe. Dann wird's rund gehen. Hey, die sind ausgewichen. Aha, das war gar nicht so schlecht jetzt. Die eine Granata hat den Unterschied ausgemacht. Ich sollte mir die Granaten aber trotzdem aufheben für stärkere Feinde. Das ist ja nur ein Fußvolk. Das ist noch ein Baby. Mehr oder weniger. Das nicht. Das ist ein Mensch mit Vorräten. Er ist weit gekommen. Er ist weit gekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch ein paar Der ist nicht so weit. Da ist nicht so weit. Ich kann nicht so weit. Ich bin doch noch ein Vorräten. Aber ich bin mir ein bisschen Das ist insgesamt